Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zur Spendenaktion Spätsommer 2017, Tag 4. Tag 4 ist gleichbedeutend mit zweitem Video auf meinem Kanal. Entschuldigt bitte. Und ja, Böker Time. Genau gesagt, Böker Plus. Und ja, heute zur Versteigerung kommt eine wirkliche Legende. Gerade im Zusammenhang mit Stefan, der ja diese Aktion ins Leben gerufen hat, kann das eigentlich nur ein einziges Modell bedeuten. Aber dazu komme ich sofort. Ganz kurz vorab noch mal die Modalitäten. Das Video erscheint heute Abend 20 Uhr auf meinem Kanal. Die Auktion läuft dann genau 24 Stunden bis morgen Abend Freitag um 20 Uhr. Ihr könnt in den Kommentaren Gebote abgeben. Dies bitte in dem fixierten Kommentar, den ich ganz, ganz oben dann anpinnen werde. Dort könnt ihr die Gebote abgeben. Die anderen zählen dann leider nicht. Das Maximalgebot innerhalb dieser 24 Stunden erhält den Zuschlag. Und das Geld geht 100% zu Ärzte ohne Grenzen bzw. den Aachener Engeln. Alles, was wir bei der Spendenaktion einnehmen, wird am Ende auf den Cent genau 50-50 geteilt und dann den beiden Organisationen zugeführt. Versandkosten für die Teile kommen noch mal oben drauf. Berechnet das bitte in eure Maximalgebot mit ein. Nicht, dass sich dann jemand in seinem Spielgeldkonto dann um die entscheidenden 5, 6, 7 Euro übernommen hat. Soll es ja alles schon gegeben haben. Gut, zurück zum Spendenobjekt des heutigen Tages. Kann jemand mit der Zahl was anfangen? Die 01BO170 wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite steht genau das gleiche. Es ist einer der eher größeren Kartons aus der Böker Plus Reihe. Es gibt hier auch deutlich kleiner. Clever, ne? Liegt das Papier hervorragend oben drauf. Was sollte es anders sein als ein Epi-Center? Stephans unendliche Geschichte mit dem Epi. Ich weiß nicht, einige von euch werden die Videos wahrscheinlich noch kennen. Das sind ja mittlerweile Klassiker auf Stephans Kanal. Davon kann man ja mit Fug und Richt sprechen, da es den Kanal schon so lange gibt. Ja, und heute kommt dann tatsächlich unter den Hammer ein Böker Plus Rexford Epi-Center. Das war auch eines der ersten Videos damals auf meinem Kanal. Ich glaube sogar, eines der allerersten Gastmesser, denn Stefan hatte mir seins damals mit ein paar anderen mal zugeschickt. Das habe ich also auch auf meinem Kanal schon vorgestellt und bin nach wie vor von der Linie ziemlich beeindruckt. Für heutige Verhältnisse ist es natürlich nicht mehr ganz up-to-date. Läuft auf Washer, nicht auf Kugellager etc. Also da gibt es einige Punkte, die sich heute dann im Bereich taktische Folder verbessert haben. Es ist auch relativ schwer, aber trotzdem nach wie vor das Rexford Design einfach nur toll anzusehen. Da gibt es gar nichts. Ja, also ein ziemlicher Klumpen-Titan. Relativ groß, relativ schwer. Ja, die Daten, ich werde mal schauen. Entweder ticker ich den Link nochmal unten rein oder ihr schaut einfach selber, was es mit dem EP so auf sich hat, was Größe und Gewicht angeht. Ja, ich verlinke es einfach. Das ist am einfachsten. So, VG 10 Stahl, Seriennummer 2854. Wie viele insgesamt produziert wurden, überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt ein frühes, mittleres oder ein spätes ist. Ich weiß es nicht, allerdings haben wir kein Klingenspiel. Das Messer steht hervorragend im geöffneten Zustand, im geschlossenen Zustand. Das sage ich lieber vorweg. Ist die Klinge nicht mittig, sie steht also etwas nach links rüber. Aber sie schleift nicht. Ja, es ist also immer noch Platz. Auch wenn die Klinge nicht zentriert ist. Ich denke mal, jemand mit geschickten Händen wird das auch hinbekommen. Gebrauchsspuren. Minimal. Die üblichen Snail Trails in Beat Blasted Titanium, wie man das kennt. Vor allem hier in der Mittel-Portion. Ich nenne es mal in dem Palm Swell. Da haben wir einige Spuren. Relativ wenig zu sehen auf dem Pocket Clip. Das heißt, wenn das Messer in der Hosentasche geführt worden ist, dann hat der Vorbesitzer peinlich darauf geachtet, nicht mit dem Clip irgendwo anzuschrammen. Also da ist soweit fast nichts zu sehen. Aber es sind die üblichen Kleinigkeiten, die halt auf Titan entstehen. Alles in allem ist das Messer allerdings in einem ganz, ganz, ganz hervorragenden Zustand. Ich würde sogar sagen, fast in einem neuwertigen Zustand. Zumindest aber mal sehr gut. Die Kante sieht für mich nach Factory Edge aus, hundertprozentig. Allerdings bin ich mir bei der Phase nicht sicher, ob es nicht doch ein paar Mal abgezogen wurde. Denn da sind die feinen Schleifspuren dann, gehen etwas mehr ins Dunkle. Das bedeutet dann in der Regel, dass es vielleicht, vielleicht, vielleicht nochmal abgezogen wurde. Aber das will ich nicht mit Gewissheit behaupten. Das Ding ist auf jeden Fall in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Ja, Böker plus Epicenter. Ganz ehrlich, ich bin selbst scharf drauf. Ich finde das Teil nach wie vor einfach nur wunderschön. Ich stehe auf das Rexford Design. Nein, dementsprechend werde ich auch hier wieder meinen Hut in den Ring werfen und mal schauen, ob es funktioniert, ob ich Glück habe oder ob ich dann überboten werde. Heute in der Auktion für 24 Stunden dieses wunderschöne, fast neuwertige EPI. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt, dass ihr eure Gebote abgebt, dass ihr uns unterstützt in dem Bestreben, Gutes zu tun mit den ganzen Spenden, die von euch gekommen sind. Und auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank allen Spendern, sowohl für die Sachspenden als auch für die Gebote. Ganz, ganz herzlichen Dank raus an Stefan, der das Ganze wieder möglich gemacht hat. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass es ohne dich und deinen Einsatz gar nicht möglich wäre, so eine Aktion Jahr für Jahr zu stemmen. Und wir haben schon ganz beachtliche Erfolge gefeiert. Ja, dementsprechend freue ich mich auch wieder auf heute Abend und bin gespannt, was beim EPI rumkommt. Euch allen eine gute Zeit und wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.